Hallo, grüße euch Paraguay live. Mein Name ist Pitt und wie immer herzliche Grüße aus dem bewölkten Paraguay. Also auch bei uns ist nicht immer sonnig. Also, bevor ich zum Thema komme, wollte ich euch an dem bewölkten Tag im vollen Winter etwas Garten zeigen. So, aber jetzt zum Thema. Viele von euch, vielen Dank wieder für eure Fragen, haben gefragt nach dem Hauskauf. Klar, also über Grundstücke haben wir schon gesprochen und zum Grundstückkauf gehört natürlich auch Hauskauf. Und in diesem Video sprechen wir und ich zeige euch etwas von dem neuen Haus, was gerade angefangen wird. Wo natürlich auf meinem Traumgrundstück und nicht nur auf meinem Traumgrundstück. Wir haben schon einige davon verkauft, also schaut euch das gerne an. Also, wir haben noch ein paar Tage, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. So eine Zwischenbilanz, viele von euch haben mich auch gefragt, bitte, soll man lieber eine gebrauchte Immobilie kaufen oder doch ein Baugrundstück erwerben und mit einem neu bzw. mit einem neuen Haus beginnen? Gute Frage und mittlerweile nach 18 Jahren Aufenthalt in Paraguay, bin ich mehr als überzeugt, dass es auf jeden Fall Neubau die richtige und korrekte Walde ist. Warum, werde ich euch gleich erzählen. Also ihr habt sicherlich gesehen, dass man praktisch nicht nur versucht, sondern man nimmt es wirklich, die hiesigen Baumaterialien, auch für das Fundament. Warum Neubau? Das ist ganz einfach. Bei alten Gebäuden, also sicherlich diejenigen, die schon in Paraguay waren, können zu 100% bestätigen, dass man in Paraguay relativ viele Häuser sind mit feuchten Mauern bzw. feuchten Fundamenten. Und da liegt das größte Problem. Und deshalb rate ich von gebrauchten Immobilien grundsätzlich ab. Ich sage nicht, nein, ihr dürft nicht kaufen. Gut, es kommt immer darauf an, welche Immobilie. Aber das Problem ist überall zu sehen. Und glaubt mir, das hinterher zu beseitigen, ist bei diesen paraguayischen Verhältnissen so gut wie unmöglich. Daher lieber ein tolles Grundstück kaufen, ein Baugrundstück. Lässt euch ein Haus planen oder im Prinzip selber zeichnen. Und wir als Team übernehmen natürlich die weitere Vorgehensweise für euch. Also es sind immer geprüfte Leute, geprüfte Handwerker, die das Bauvorhaben in eurem Namen, in eurem Auftrag ausführen. Also man muss immer, immer ein Auge drauf werfen. Ich behaupte es und ich weiß es aus meinen eigenen Erfahrungen. Es ist immer besser, wenn man dabei ist. Die Bauweise, die Vorstellung ist bisschen anders in Deutschland als in Paraguay. Von daher sollte man es lieber dabei sein, wenn natürlich mit dem Bauen vorangeht. Vielen Dank. Musik Aber nichtsdestotrotz kann man sich immer auf unsere Leute verlassen, wir gehen noch ein Stückchen, und die grundsätzlichen Arbeiten uns, also unserem Team, überlassen. Ich behaupte immer wieder, und ich werde immer wieder sagen, es ist immer besser, wenn die Bauherren, ja, seist du oder du, oder vielleicht ihr in der Zukunft, einfach beim Bauen dabei seid. Man kann auf jeden Fall Grundstücke werben, Vorabgrundstücke werben, Zaun bauen lassen, grundsätzliche Vorbereitungen erledigen lassen, das ist überhaupt kein Problem. Aber grundsätzlich bei dem Hauptchaos sollte man mal schon dabei sein, damit das nicht irgendwelche Missverständnisse entstehen. Ich sage immer wieder, die Kunden, in dem Falle ihr, sollten natürlich zufrieden sein mit unserer Leistung, beziehungsweise mit der Leistung von den Handwerken. Und man sollte sicherlich das Ziel gemeinsam angehen, damit zum Schluss der Reise alle zufrieden seien. Also, eine kurze Zusammenfassung, Haus kaufen, ja, Neubau, ja, gebraucht Immobilie, eher nicht. Wobei, wie gesagt, greifen mich schon die Pflanzen an in Paraguay. Ja, Spaß beiseite. Also, wie gesagt, normalerweise ist es immer gut, dabei zu sein, Grundstücke, ein tolles, gutes, korrektes, mit Grundbuch, Grundstückerwerben, sich das Haus planen lassen. Ihr könnt gerne Ihre eigenen Pläne mitbringen, logisch. Vorteilhaft ist es aber, wenn die Pläne durch uns zumindest überprüft werden, beziehungsweise auch gemacht werden. Warum? Weil die Baumaterialien einfach anders sind. Ja, also sowohl die Stärke der Baumaterialien, als auch die, ja, ich sage mal, die Ausführungsmethoden sind da etwas einfacher. Ich würde es einfach sagen, nicht so kompliziert. Man kann wirklich viele Sachen gut machen und trotzdem nicht so kompliziert wie in Deutschland, in der Schweiz, beziehungsweise in Österreich. Also, lasst uns doch unsere Arbeit machen. Ich bin sicher, dass wir wirklich die Arbeit gut erledigen, durch unsere Fachkräfte und man ist immer zusammen vereint. Also, ich arbeite auch nicht alleine und kein von uns, deshalb nehmen wir uns Paraguay Life Team. Warum? Warum? Weil wir eben auf die Erfahrung von anderen Handwerkern, beziehungsweise auch Fachkräften zurückgreifen. Und davon profitieren Sie persönlich, Ihr und die ganzen Paraguay Life Fans. So, jetzt hoffe ich, Ihr lässt mich in Ruhe. Spaß beiseite. Also, falls ihr Fragen habt, unten bitte in den Kommentaren die Fragen stellen. Das ist erstmal der Baubeginn mit dem Kleinhaus und glaubt mir, wir werden sicherlich immer dabei sein, um euch diesen und auch andere Baufortschritte zu präsentieren. Und zwar Paraguay Life, also wie immer live dabei. Falls euch das Video gefallen hat, einfach wie immer Likes nach oben, das Video auch teilen und wir sehen uns sicherlich im nächsten Video. Macht's gut, vielen Dank für eure Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.